Applaus 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 Bravo, κερμανέα, κουκλία. Applaus 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 Heute ist es heute, hier in Deutschland, in Sadiakob, die neue große Anerkennung des Anerkennungsgerichts des Gales. Hier ist eine große Kommission. Hier in Sadiakob. 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 Mit den letzten Jahren, Sie werden Ihnen sicherlich sagen, dass Sie die Säris der Gales-Gales-Serie sind. Nicht nur für die Anerkennung, sondern auch für Ihre Anerkennung. Sie werden Ihnen sicherlich geben. Sie sind in der Zeit, Sie werden Ihnen sicherlich geben. Sie werden Ihnen sicherlich geben. Sie werden mit dem recherche, Sie werden mit dem Klima tätig und dem Prinzip Idee von Sadiakob. Sie werden mit dem ZDG-Gales-Gales-Gales-Gales-Program. Das ist meine Positionen. Und nicht die Mitglieder. Dies ist die S olhozie, und die Seite mit der Bedeutung. Wir müssen machen Frage. Wir müssen zusammen, und die Konflik. Warten auf uns! Ich geragt. Wir müssen die Positionen-Gales-Gales-Gales-Gales-Gales-Gales-Gales-Gales-Gales-Gales-Gales-Gales-Gales-Gales-Gales-Gales-Gales-Gales-Gales-Gales-Gales-Gales. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Wir müssen uns wieder zurückkommen, wir müssen Europa geben. Denn wenn das hier passiert, morgen wird es passieren. Wir müssen die Verwichterung der Ausführung von dem Ausführungszeichen von der Ausführung der Ausführung des Ausführungszeichen. Deshalb ist die Ausführung der Ausführung, bis jetzt an der Ausführung, mit einem europäischen und politischen Grundgesetz über die Überraschung der Menschenreifung. Jetzt wird er eine große Herausforderung für die Menschenreifung und die Menschenreifung über die Menschenreifung über die Menschenreifung in allen Ländern. Wir wollen die europäische Menschenreifung über die europäische Menschenreifung in Europa über die Menschenreifung über die Menschenreifung. Deshalb sind die 25. März auch für die Überraschung der Demokratie beteiligt. Wir beteiligen die Änderung auf die Galle, die Änderung auf die Spanien und die Syriza auf die Schweiz. Wir beteiligen die Änderung auf die Galle, die Spanien und die Syriza auf die Galle. Ich freue mich, dass die Syriza auf die Europäische Regeln in Deutschland verliert. Wir beteiligen die Änderung auf die Europäische Regeln in Europa. Und jetzt werden die neue Regierung in Deutschland. Wir beteiligen die Änderung auf die Spanien und die Spanien und die Spanien und die Spanien. Die Spanien und die Spanien und die Spanien und die Spanien. Wir beteiligen die Mitle, die gründelung auf die Spanien und die Spanien und die Spanien werden. Wir beteiligen die Spanien und die Spanien werden. Die Spanien wird in aller Europa geliefert. von Konsequenzienz, positiv aus Europa und ein weiteres Europa. Frau und Frau, in der Lage ist eine Europäische von Angst, von Angst, von Energie und Schwierigkeiten, wir wollen eine Europäische das die die Menschen des anderen Menschen besuchen. Klein und Klein. Wir freuen sich auf Europa und nach Europa, die Europa und nachdem wir uns Menschenrechte in die Europa weitergibt uns. Wir freuen sich auf die Gesellschaften. In die Europa für Angst, wollen wir Europa der Menschenrechte und der Allerweissheit. Wir freuen sich auf Europa und darüber, Es wird eine Europäische Werteilung für die Solidarität sein. Durch die hülle Europäer von Banzakitäten und über die Hülle auch die hülle. Das Europäer von Europa des Banisters ist die hülle Europäische Werteilung. Vielen Dank. mit einem Europa. Diese Europa wird mit dem Zipf und den 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 Zipf. Diese Europa wird mit dem ersten Europa die Gnowsischen Götter und die Gnowsischen Glutzer. Deshalb, die 25η Mai, jeder Europäische politische Europäische in jeder Klinik, in jeder Klinik, die wir in den Zipfiehren, Das ist die Welt, die wir in den Händen haben. Die Europäische Gesellschaft, die wir in Europa haben, die wir sicherlich haben, die wir in den Händen haben, die wir in den Händen haben. In diesen Händen sind die Händen nicht nur für die Händen, sondern auch für die Händen. Wir wissen auch für unsere Leben. Denn die Europäer betrachtet ein historisches Taubrof. Oder wird es weitergehen, um die Anerkennung, die Anerkennung und die Anerkennung und die Anerkennung zu verändern, oder wird es verändert, mit Anerkennung und Anerkennung. Er ist die Welt, die die Bremsen der Bremsen, die Einladung der Bremsen, die wir nicht alle sind. Wir haben die Bremsen über die Zukunft, die Bremsen der Bremsen in der Bremsen. Deshalb dieses 25 Mai besiegt haben wir für den Menschen, die wir für unsere Welt verantwortlich machen können. Das nur wirkliche Dette ist die Freiheit und die Demokratie. Begrüßt die Präsidenten, die die Realität ist, die Demokratie und die Demokratie. Verhältnis oder soziale Zusammenarbeit. Verhältnis oder Verhältnis oder Verhältnis oder Verhältnis oder Verhältnis. Die Welt ist, die Europa von den Bordern und die Europa von den Bordern. Mit der Europa anstrengen oder mit der Europa des Merkels, die Europa der Merkels. Mit der Europa anstrengen oder mit der Europa des Merkels. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.